Wieso? Gerade ist... Okay, wir sind echt kuschelig, ne? Da oben wird sicherlich jemand dran. Ja, erwischt. Eins. Du ein Schwein, der hat das hart. Dann ist mir das Stück. Tja, das war nicht so intelligent. Aber ich habe mir auch nicht viel ausgerechnet. Oh, ein Verletzter. Dafür kann der alleine aufstehen. Das ist ungünstig. Und ich habe eine Besessenheit bei. Was jetzt auch nicht unbedingt gerade meinen Erfolg steigert. Nein. Errungsschaft freigeschiert. Den haben sie schon gemacht. Ja, ich habe noch keine Falle aufgesetzt. Oh, mein Kollege. So. Echt? Jetzt lasst ihr den da unten hängen? Jetzt, wo ich gerade wiederkomme, ungünstig, oder? Warum ist die da eigentlich nicht rausgegangen, wenn da auch nur... Da hat er doch einen Instagent bei. Ja, komm. Palette zu früh. Er ist echt weg. Okay, du hättest vielleicht erst abwarten sollen, bis ich da bin, Kollege, vor du runter springst. Du hättest mich damit auf jeden Fall gut hinhalten können. Komm, macht alle weit entfernten Gents, dann kann ich in Ruhe. Ja, Kollege. Denkt ihr, ich lasse mich auf so ein Verfolgungsding ein? Komm, mach den letzten Gen. Bitte, bitte, mach den letzten Gen, Leute. Ich weiß, dass du D-Strike beierst, blöde Kuh. Bin ich dumm, Mädel. Da war... Du bist gar nicht, die D-Strike-Tante. Okay. Hätte ich jetzt vermutet, bist du aber nicht. Okay. Oh, da hinten ist ein Haken. Ich hab eisernen Griff. Da kannst du fickeln, bis du platz wirst. So. Heiß benutzt keine einzelne Falle. Benutze ich gleich. Okay. Bin echt so durften, Generator zu machen, Leute. Aus wieder mit dir. Okay. Leute, ihr könnt sie abheben. So. Wir werden kein... Ach, da oben ist. Ja, hol sie mal runter. Hä? Wir können hier bitte alle Totems gemacht haben und alle Gents gleichzeitig. Oh, Mädel. Komm, Mädel. Bitteschön. Noch nöt bei. Warum hat nöt nicht gezogen? Ich hab nöt nur auf Stufe 2. Da wurde doch jemand ge... Hey, du Bittesch. Hauptsache, ich hab sie getroffen. Der Rest ist mir relativ egal. Hallo, Schnuckelhäschen. Guck mal. Endgame. Oh, du bist doch feige und rennst raus. Feige, wie er aussieht. Okay, er ist da. Du weißt schon, dass ich dich sehe und du nur... anhitten brauchst, Kollege. Okay. So. Es ist herrlich. In so ein fieses Schwach. Ein. Es war so klar, dass der erste rausrennt. Du bist so arschig, Kollege. Das ist schon nicht mehr schön. Du hast, glaube ich, D-Strike? Ich weiß gar nicht. Hast du D-Strike oder Anra hat D-Strike? Ich weiß es nicht. Guck mal, hat ein Houdini gemacht. Guck mal. Haken freigeworfen. Guck mal. Ist nicht. Meins. So. Den letzten muss ich dann zwar suchen, aber das ist mir auch relativ... Ich weiß, ich habe nur einen einzigen Hinterhaltscheck gehabt. Aber das ist mir auch relativ egal. Es war aber so klar, dass der eine gleich abhaut, ey. Was für ein Anti-Mate. Okay, der eine hat sich... Morgen. Guten Morgen. Moin. Ich kann gerade mein Glück selber nicht fassen. Warte kurz. Ich mache noch die Runde selber. Ist zu Ende. Mehr kleines Miststück. Sag ich doch. Der andere lässt euch einfach hängen. Alle beide. Was für Anti-Mates, ne? Komm. Du hast noch einen D-Strike frei. Luzin. Schlag mich. Steh drauf. Komm. Na komm. Ach, Menno. So ein Scheiß aber auch. Tschüss. Wann bin ich nett? Tschüss. Winke, winke. So, fieses Schwein abgeschlossen. Die Deli zwar nicht, aber fieses Schwein bin ich trotzdem. Ach, herrlich. So, hat es mir wenigstens punktemäßig was gebracht? Aber ich war echt ein Fieseschwein. Undhi. Wo? Nie weiß ich was.